Bei mir Albers Assistenztrainer Mauro Parra. Mauro, hallo. Erstmal eine Frage zum Gegner. Die Oldenburger reisen mit zwei sehr populären Ex-Albatrossen an, mit Adam Chubb und Bobby Brown. Was habt ihr euch speziell für die beiden überlegt? Ja, speziell für die beiden. Nicht nur für die beiden, für die gesamte Mannschaft. Sie haben Spieler in einer Mannschaft mit sehr viel Klasse. Bobby Brown kennen wir alle. Chubb war letztes Jahr in der ACB. Sie haben einen weiteren Spieler aus der ACB aus Spanien, der Kenny Hasbrook, der Engel Alicante war. Sie haben Ricky Pauling, der eine große ist, der größte ist, schon seit Jahren in der BBL. Und sie haben Ronnie Burrell, der jetzt auch kein Unbekannte ist. Von daher ist es eine Mannschaft, die von den ersten fünf sicher zu den stärksten der BBL gehört. Und von daher ganz wichtig, dass bei Alba alle an Bord sind. Jetzt haben wir in den letzten Tagen gehört, krank waren Wood und Weaver. Wie sieht es um die aus? Sie haben mittrainiert, nicht zu 100 Prozent, aber sie sind einsatzfähig und sie werden sich heute alles geben.